Wenn uns jetzt gerade drei Rüscherl spätieren, bitte ruf in die Polizeiinspektion, kann mir die P-75 heute nicht kontrollieren. Komm, ich bin noch sehr jung, ich oft du hast es kapiert, nicht dass man in der Zeitung steht, Polizist hat Jugendlichen g'stanzlos eng zum Saufen verviert. Aber heute kontrollieren nicht die Kamera, da ist mir gleich gespannt. Heute ist es noch schlimmer, heute kann die Rennspur herrummen. Achim, warum stellst du das einfach auf die Bühne? Du Berliner, was bist du für den Aus? Bitte, ich stehe da hinten auseinander, teile dich vom Freibestell aus. Ja, der Berliner Hans Joachim hat sich wirklich einen Applaus reinverlernt, und wenn er heimkippt, würde er sagen, in den Oberpfälzern haben wir endlich zu arbeiten und gelernt. Er wird nämlich sagen, in Bayern ist das Leben sehr schwer, da muss man so viel arbeiten, die missbrauchen einen und nehmen einen Recht her. Stanzl singen, das ist alles aus dem Steckreif, und Stanzl singen, das ist was gescheites, und jetzt sagt man, dass wir zwischbeine Form können, jetzt annehmen wir über das Kreuz.